Sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Schinken, dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Na also, das Einzige, was du hören wirst, ist das Brechen deiner Knochen. Ist doch hübsch. Ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Gut. Was krieg ich dafür? Gold ist nie verkehrt. Nein? Na dann mal viel Spaß dabei. Gib mir sechs Kisten Xardas, sonst gibt's was aufs Maul. Hier. Bring mich zum Turm von Xardas, dann lass uns sie fertig machen. Gold, mehr als ich tragen kann. Und? Dein Großvater. Aber ich gebe dir erstmal einen. Das ist weg, ja. So, so. Ja, ja. Ich nehme das Schwert. Ich will von dir lernen. Dafür bist du hier. Dafür wirst du bezahlen. Und was muss ich dafür tun? Richtig, das geht dich einen feuchten Dreck an. Das ist schlecht für dich. Vielleicht liegt das am Rauchen. Hm, auf dem Stein steht... Nein. So. Nur noch dieser Wilde und ich bin Champion, richtig? Enos! Auf nach Gotha. Moment, du hast noch was vergessen. Was passiert, wenn ich den Tempel öffne? Schade. Ich hätte mehr von dir erwartet. Komm mit. Los jetzt, beweg deinen Arsch. Hier, dein Schinken. Wer ist jetzt der Champion? Ha, hier steht es. Ich... Ich binиса Verdi.